Und jetzt der Wochendurchblick mit Florian Streibl. Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, willkommen zum Wochendurchblick. Der Erfolg unserer Corona-Strategie hängt davon ab, ob unsere Bürgerinnen und Bürger Entscheidungen der großen Politik nachvollziehen können. Das ist mit den Osterruhe-Beschlüssen des Bund-Länder-Gipfels in dieser Woche leider furchtbar schiefgegangen. Umso erleichterter sind wir Freien Wähler, dass Bundeskanzlerin Angela Merkel ihre umstrittenen Entscheidung zur Schließung der Läden an Gründonnerstag zurückgenommen hat. Denn mit solchen Schnellschüssen lässt sich Corona nicht bezwingen. Mit dem bloßen Blick auf Inzidenzzahlen allein übrigens auch nicht. Wir müssen endlich raus aus dem Corona-Dauer-Lockdown. Freilich ohne die Gesundheit der Menschen zu gefährden. Bayern wird schon bald genau das tun. Unmittelbar nach Ostern werden wir die Corona-Schutzmaßnahmen in acht Modellregionen vorsichtig zurückfahren. Mit entsprechenden Lockerungen für Handel und Kultur. Aus jeden der sieben Regierungsbezirke wird dann jeweils eine Stadt oder ein Landkreis mit einer Sieben-Tages-Inzidenz von mehr als 100 und weniger als 150 teilnehmen. Aus Oberbayern II. Ich danke Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger, der sich hierfür gegenüber Ministerpräsidenten Markus Söder eingesetzt hat. Schon jetzt ist klar, dass es für die Modellregionen viel mehr Bewerber als mögliche Plätze gibt. Jetzt zeigt sich wieder einmal, wie wichtig die Freien Wähler als Team Zuversicht in der Staatsregierung sind. Soweit mein Ausblick in eine hoffentlich bald rosigere Zukunft. Der Blick zurück auf genau ein Jahr Corona lässt hingegen erschaudern. Über 75.000 Menschen sind in Deutschland seit Ausbruch der Pandemie gestorben. Eine unfassbare Zahl hinter jeden Corona-Toten. Allein in Bayern sind es bisher mehr als 13.000 stecken harte Schicksale. Kinder, die ihren Vater oder ihre Mutter verloren haben. Angehörige, die sich von der geliebten Oma oder dem Großvater im Pflegeheim nicht verabschieden konnten. Die in den letzten Lebensminuten nicht einmal mit der Hand des Bluters, der Schwester, ja des eigenen Kindes halten durften. Besonders schlimm aber hat Corona unsere Senioren getroffen. Diejenigen, die Bayern nach dem Zweiten Weltkrieg wieder aufgebaut haben. Menschen wie die Freunde des Münchner Autors Karl Stankiewicz. In der Bayerischen Staatszeitung hat der 92-Jährige gerade über seine Erlebnisse und Gedanken in der Corona-Krise berichtet. Stankiewicz schildert, wie das eben noch in fernen China wütende Virus plötzlich über seinen kleinen oberbayerischen Wanderverein kam. Wie es zwei lebenslustige Senioren, eine Frau und einen Mann, einfach dahin raffte. Kein Arzt dieser Welt hätte sie aus den Klauen des Virus noch retten können. Was für ein Schock. Es sind genau diese Schicksale, die hinter den blanken Zahlen stecken, die uns jeden Tag über Lundschau, Beute oder die Tagesschau erreichen und die uns innehalten lassen sollten. Ich bin froh, dass Landtag und Staatsregierung am Dienstag in einem gemeinsamen Trauerakt der Corona-Verstorbenen gedacht haben. Es wurde Trauerbeflackung angeordnet und es gab eine landesweite Schweigeminute. Auch die Freie Wähler-Landtagsfraktion hat eine solche Gedenkminute abgehalten. Wir wollten damit unsere Trauer über jedes einzelne Corona-Schicksal Ausdruck verleihen. Es ist tragisch, dass wir so viele Menschen durch Corona verloren haben. Für sie kommt jeder Impfstoff zu spät. Genau deshalb sollten wir ihr Andenken in Ehren halten, indem wir mit aller Kraft gegen die dritte Welle der Pandemie ankämpfen, indem wir Hygieneregeln beachten, indem wir Leben retten und retten und indem wir die Toten nicht vergessen. Bitte bleibt gesund und Gott schütze euch.